Hallihallo, hier auf Andi zockt zu einem neuen Video auf dem Zweitkanal. Es hat eine Weile gedauert tatsächlich, bis ich wieder so ein bisschen aktiver geworden bin. Die letzten Wochen waren stressig. Das Akira Toriyama Video hat mich Unmengen an Zeit gekostet. Läuft auch nicht so gut, wie ich erwartet hätte. Das ist ein bisschen schade, wenn ihr es noch nicht geschaut habt. Dann schaut mal vorbei, würde mich freuen auf Spielewelten. Aber ja, der Zweitkanal muss ja auch ein bisschen befeuert werden. Und ich habe mir gedacht, ich mache das mal mit einem kleinen Talk. Denn mich beschäftigt, ich will nicht sagen, mich beschäftigt, aber da gibt es so ein Thema, was mir so ein bisschen auf der Seele brandt seit ein paar Tagen. Resultierend aus einer Unterhaltung, die ich vor ein paar Tagen geführt habe, die ein Placement betreffen wird, also die eine Zusammenarbeit betreffen wird, hier auf meinem Zweitkanal. So viel kann ich vorwegnehmen. Es geht nämlich um das Thema digitale Käufe gegen oder versus Retail-Käufe, also physische Käufe. Und ich habe so das Gefühl, dass es bei diesem Thema nur zwei Extreme gibt. Und ich wollte mich mit euch da draußen so ein bisschen austauschen. Ich weiß, dass hier wird Monolog. Ihr könnt ja nicht aktiv mitreden. Aber ich hoffe ja dennoch, dass ihr euch in den Kommentaren beteiligt, dass wir da so eine kleine Diskussion führen können und so ein bisschen voneinander lernen können. Denn ich persönlich habe das Gefühl, es gibt nur zwei Extreme bei dem Thema. Entweder gibt es die, die sagen Retail Forever, also nur physische Spiele sind Spiele, die man sammeln sollte und die man kaufen sollte. Denn alles andere ist Hexenwerk. Und wenn man digital kauft, dann gehört einem das Spiel nicht. Und das ist alles scheiße. Und die ganze Welt, die sich dahin entwickelt, die komplette Videospielwelt, das ist alles Teufelswerk und so weiter und so fort. Also die wirklich nur auf die physischen Spiele schielen und dann tatsächlich auch Spiele nicht kaufen, wenn sie nicht physisch erhältlich sind. Und dann gibt es das andere Extrem, glaube ich, oder habe ich zumindest so das Gefühl und die Wahrnehmung, die dann sagen, digital ist geil und alles andere ist nur Plastik, das dann im Regal steht und Platz wegnimmt und ja überhaupt nicht nachhaltig ist und ja eigentlich total witzlos, weil alle Spiele, die man kauft und sich ins Regal stellt, die wird man ja überhaupt nicht spielen können in seinem Leben. Denn alles, was wir so angesammelt haben hier, zumindest die Personen, die viele Spiele haben, die haben die aus Kaufsucht und aus Nostalgie und spielen die überhaupt nicht mehr. Und das ist so ein bisschen seltsam, denn ich habe, wie gesagt, eine Unterhaltung geführt vor ein paar Tagen, die so ein bisschen darauf abzielt, dass ich in Zukunft durch eine Partnerschaft auch ein bisschen das Thema digitale Käufe in den Fokus stellen möchte. und darüber hinaus habe ich jetzt vor ein paar Tagen meinen Geburtstag nachgefeiert mit ein paar Kumpels zusammen, saßen wir dann abends in einer Kneipe und haben das dann auch so ein bisschen besprochen und wir haben alle so ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil auch sie haben dann nur diese beiden Extreme wahrgenommen in ihrem Umfeld und das ist irgendwie seltsam. Ich kapiere das selber nicht, denn ich persönlich, ich lebe so ein bisschen in beiden Welten. Ja, ich bin natürlich absoluter Hardcore-Sammler. Also bei mir ist es so, wenn ich ein Spiel sehe und davon gibt es eine physische Version, dann greife ich immer zur physischen Version. Das kennt ihr von mir. Bestes Beispiel hier, das kam vor zwei Tagen, Prinzessin Peach. Showtime spiele ich mit meiner Tochter gerade und wenn ich ein Spiel haben möchte, dann schaue ich halt immer danach, dass ich das irgendwie in physischer Variant bekomme, um das dann nicht nur zu spielen, sondern natürlich auch ins Regal zu stellen und eben auch zu haben, zumindest bei Systemen, wo es mich interessiert. Ich kaufe mir natürlich keine Games für Systeme, zu denen ich überhaupt keinen Bezug habe, aber das Thema hatten wir schon. Aber ich bin keiner, der jetzt ein Spiel liegen lässt, nur weil es digital erhältlich ist. Beispiel Alan Wake 2. Da wurde ich auf X einangefeindet, dass ich mir Alan Wake 2 digital gekauft habe. Wie kann ich denn nur, das ist Verrat an allen Sammlern. Sowas unterstützt man nicht, wenn Remedy sich dazu entscheidet, das Spiel nicht digital zu veröffentlichen. Meine Meinung kennt ihr ja zu Alan Wake vielleicht auch aus der ein oder anderen Podcast-Episode. Hier nochmal ein bisschen Werbung für den Controller-Poesie-Podcast mit dem lieben Raketen Jansel und dem Yetiwin. Alle 14 Tage treffen wir uns zu einem Stammstisch und sprechen darüber. Und auch das Thema digitale Käufe und Alan Wake und so weiter hatten wir zuhauf. Und ich glaube ja, dass Remedy die Entscheidung nicht ohne Epic Games gefällt hat, die ja als Publisher fungieren bei Alan Wake. Aber gut, zurück zum Thema. Ich habe mir Alan Wake 2 gekauft, weil ich das Spiel spielen wollte. Und es gibt halt keine physische Version davon. Und Remedy hat auch keine physische Version angekündigt. So, und soll ich jetzt auf ein gutes Spiel verzichten, nur weil es digital erhältlich ist? Leute, jetzt mal ehrlich. Ihr lasst ja dann quasi geile Games, coole Spielerfahrungen liegen, nur weil ihr sie euch nicht physisch ins Regal stellen könnt. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Vielleicht sogar ein bisschen fragwürdig. Es ist alles euer B. Wenn ihr das so tun wollt, macht das. Es ist halt nur in meinen Augen ein bisschen fragwürdig. Und alles, was ich hier äußere, ist halt mein Empfinden. Um Gottes Willen, ich will hier jetzt nicht mehr über einen Kamm scheren. Ich versuche hier einfach nur so ein paar Fragen beantwortet zu bekommen, an so einem Mittelweg zu finden. Anderes Beispiel, Shadow Warrior 2. Das habe ich mir auch digital gekauft damals, weil es das eben nicht in physischer Variante gibt. Und das ist bis heute schade. Ich bin ein großer Fan von Shadow Warrior. Habe den ersten Teil damals gekauft, auf Disc, physisch auf der Xbox One. Habe ihn durchgespielt, gemocht. Habe den zweiten Teil dann eben digital gekauft. Ja, natürlich ist das irgendwo ein bisschen zähneknirschend als Sammler, aber hey, man macht es, wenn man das Spiel spielen möchte. Und als der dritte Teil dann erhältlich war, habe ich ihn mir wieder in der physischen Variante besorgt für die PS5, weil es eben möglich war, weil ich eben die Wahl hatte, das zu tun. Anderes Beispiel, Baldus Gate 3. Baldus Gate 3 habe ich nicht zum Launch digital gekauft, obwohl ich das schon sehr gerne spielen möchte. Das habe ich nicht gemacht, weil mir halt klar war, da kommt eine physische Version. Das war noch nicht klar, dass die direkt von Larian Studios kommt, wie es jetzt mit der Collector's Edition ja passieren wird. Damals hieß es nur, ich weiß nicht, was berichtet hat, Kotaku oder PlayAsia oder so, haben dann gesagt, ja, im asiatischen Raum wird es eine Retail-Fassung geben, da wird man ein Stück Daten runterladen müssen. Es ist also nicht 100% alles auf Disk, aber es wird eine physische Fassung geben. Und die habe ich mir dann bestellt, bei NetGames, weil ich gesagt habe, ich möchte das einfach unterstützen als Sammler. Und mir war es auch ein bisschen egal, dass da so ein Teil Daten heruntergeladen wird. Weil, sagen wir mal ehrlich, wir sind doch zum Spielen hier, oder? Wir sind doch nicht zum Sammeln hier. Wenn ich ein Spiel unbedingt spielen möchte, dann kaufe ich mir das, egal ob digital oder physisch, und dann spiele ich es. Und dann behalte ich es entweder auf Festplatte oder ich stelle es zurück ins Regal. Aber jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Wie viele der Games im heutigen Durchschnitt, ja, ich rede nicht davon, wie es früher war, früher war die Zeit anders, aber wie viele Spiele im heutigen Durchschnitt kauft ihr euch, die ihr dann durchspielt und dann nach einem halben Jahr sagt, hey, supergeil, ich gehe das nochmal an. Oder nach zwei Jahren sagt ihr, hey, ich gehe das nochmal an, so wie wir es halt früher gemacht haben. Früher haben wir uns Spiele gekauft, für Super Nintendo, für das N64, für die Playstation, völlig egal, und haben die gespielt, haben die beseitigestellt und haben die dann immer wieder gezockt. Das war, weil wir damals A, nicht die Kohle hatten für viele andere Spiele und B, weil wir einfach nicht so viele Top-Titel hatten, die erschienen. Heute wirst du ja monatlich zugeballert, wöchentlich zugeballert mit Top-Titeln. Du willst alles spielen und dann kann mir doch keiner erzählen, dass er sich jetzt hier Alone in the Dark und Princess and Peach Showtime und Rise of the Ronin und was auch immer besorgt, alles durchspielt, geil findet und dann immer und immer wieder spielt. Das macht doch kein Mensch mehr. Wir haben doch keine Zeit, die Titel heute aktuell zu spielen, die da sind, oder? Sehe ich das falsch? Deshalb verstehe ich halt diese beiden Extreme nicht. Wieso kann man das nicht so ein bisschen grau sehen, also nicht nur schwarz oder weiß? Wieso kann man das nicht irgendwie beides machen wollen und von Spiel zu Spiel entscheiden, was man tut? Oder wieso kann man nicht einfach sagen, ja, ich bin Sammler, ja, ich stelle mir physische Spiele ins Regal, aber lasst doch die anderen machen, was die wollen und wenn ich ein Spiel finde, was vielleicht viel günstiger ist, über einen Key Shop oder was auch immer oder in einem Sale, dann hole ich mir das da und wenn ich dann die Entwickler trotzdem noch unterstützen möchte oder das Retail-Geschäft unterstützen möchte, dann kaufe ich mir das eben auf Disc nach. Geht doch alles. Ich verstehe nicht, warum man sofort in diese Extreme abdriftet und ich bin mir sicher, unter diesem Video in den Kommentaren wird es auch einige geben, die das extrem sehen, die sagen, nein, Retail kommt mir nicht ins Haus oder die sagen, nein, physisch kommt mir nicht ins Haus, da kann die Collector-Sedition noch so geil sein, das ist Müll, das ist Plastik, das ist nicht nachhaltig und so weiter und so fort und was ich halt gerne nachvollziehen wollen würde, sind die Gedankengänge dahinter. Deshalb hoffe ich auf diesen Austausch hier, denn mir kommt es irgendwie nicht in den Sinn. Wenn ich das so gewichten würde, ich würde sagen, 95% der Stimmen, die ich so höre draußen im Netz oder auch im Freundeskreis, die sagen alle, nee, nee, entweder oder und nur 5% davon gefühlt sagen, hey, ist mir doch scheißegal, ich mache beides. Und ich kann das ja nachvollziehen, das ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, ich kaufe halt ein Spiel, was es nicht physisch gibt, um daran Spaß zu haben, sondern es ist auch eine Sache der Bequemlichkeit. Bei mir ist es halt so, jetzt inzwischen aufgeteilt, ihr habt ja mitbekommen, ich bin jetzt gerade hier oben unterm Dach bei uns zu Hause, durch den Kellerschaden, kann ich halt eben meinen PC und meine Technik nicht mehr unten im Gamerome im Keller haben, aber ich habe die Spiele dann noch stehen. Und es ist schon lästig, muss ich sagen, wenn ich dann irgendwie Playstation 5 spiele und da ist ein Spiel bei, das aber im Keller unten im Regal steht und ich sitze hier um 23 Uhr abends und bin einfach zu faul, um in den Keller zu gehen und die CD zu holen. Das ist natürlich viel bequemer, wenn man alles auf Platte hat und durchschalten kann. Und auch der Fakt, dass man sagt, ja, es gehört dir ja nicht. Das ist ja eigentlich Quatsch, denn sobald du es ja gekauft hast, kannst du es ja runterladen. Immer wieder. Solange du mit der Konsole oder mit dem System online gehen kannst, kannst du es ja herunterladen. Selbst wenn es im Shop nicht mehr angeboten wird, kannst du es ja in deiner Download-Übersicht runterladen. So passiert bei mir bei der PS Vita zum Beispiel bei dem einen oder anderen Spiel oder beim 3DS oder so. Das funktioniert doch. Und außerdem, wir kennen doch alle das Thema Emulationen, wir kennen doch alle das Thema Präservationen. Egal was passiert, heutige Nintendo 3DS-Spiele, die es nur im E-Shop gab und den gibt es ja nicht mehr und wenn du das verpasst hast, dann modde dir deine Konsole und platze dir doch so herunter. Wie viele Spiele gibt es dann da draußen, die eben nicht physisch erschienen sind? Was meint ihr, wie viele geile Momente ihr verpasst, wenn ihr nur auf Retail-Spiele steht oder nur diese kauft? Das ist doch irgendwie so ein bisschen am Grundgedanken des Gamings vorbei, findet ihr nicht? Also ich kapiere es nicht. Klärt mich auf. Aber wie viele geile Games hätte ich nicht gezockt auf der Switch, auf der Wii U, auf der Wii damals, wenn ich nicht diesen Gedanken hätte, ey, ist doch egal, wenn es nicht physisch erhältlich ist und ich habe Bock auf das Spiel, dann kaufe ich es mir digital. Lost Wins zum Beispiel auf der Wii fällt mir ein oder Contra oder Castlevania oder Gradius Rebirth, die Rebirth-Spiele von Konami, die ich auf der Wii gesuchtet habe, auf Disc oder so gab es die eben. Ich glaube, die gibt es bis heute nicht. Und ja, es gibt natürlich sowas wie Limited Run Games oder Strictly Limited, die sich so ein bisschen an der Sache bereichern wollen, aber die machen es ja quasi für all die Hardcore-Sammler, die eben die physische Version ins Regal stellen wollen. Alle anderen können ja immer noch zum Download greifen. Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten und wie gesagt, ich werde demnächst eine Kooperation eingehen mit einem Partner, der digitale Spiele anbietet auf einer Plattform und dann werde ich hier und da, zumindest auf dem Zweitkanal, jetzt auch sagen, das Video wird euch präsentiert von XY und ich bin mir sicher, dass da ich in dem einen oder anderen Video von dem einen oder anderen Hate bekommen werde, weil ich ja das Thema Sammeln predige und auch großer Sammler bin und wie kann ich denn dann digitale Spiele bewerben? Das wird kommen, das verspreche ich euch und das ist halt etwas, was ich nicht kapiere, weil kauf doch das, was du willst. Wenn ich digitale Spiele in meinem Video als Sponsor habe und du magst keine digitalen Käufer, dann kauf es dir nicht. Aber es ist doch so, dass mein Kanal dadurch unterstützt wird und ich damit mehr Videos für euch produzieren kann. Also es ist doch alles safe. Aber das sind so Gedanken, die ich habe, weil ich eben nur diese beiden Extreme kenne. Also es ist, naja, egal. Mich würde jetzt natürlich interessieren, wie ihr darüber denkt. Seid ihr nur digital? Seid ihr rein physisch? Oder macht ihr es wie ich und sagt, hey, ist mir egal, bei mir steht das Spiel in dem Vordergrund. Wenn ich ein Game spielen will, dann spiele ich das, egal wie und wo ich das herbekomme. Vor allem ist das ja so ein Thema, was meist noch bei den Konsoleros im Vordergrund steht. Die PCler, denen ist das ja egal. Die spielen ja Steam und andere PC-Spiele ja eigentlich nur noch digital. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen gesehen habe, der sich ein PC-Spiel physisch gekauft hat. Also es gibt es da in diesem Bereich ja gar nicht. Und ja, es war natürlich damals beim Konsolero immer anders. Da gab es die Spiele nur im Laden. Aber Zeiten ändern sich und wir werden sicherlich auch irgendwann dazu kommen, dass Microsoft wahrscheinlich als Vorreiter nur noch digitale Spiele anbieten wird. Playstation vielleicht irgendwann auch, wenn sie sehen, dass das bei Microsoft funktioniert und Nintendo. Da weiß ich es natürlich nicht. Die werden sicherlich an ihrem Modell festhalten. Aber wäre das ein Grund für euch, wenn zum Beispiel das physische Geschäft komplett zunichte gemacht wird? Machen wir mal das Worst-Case-Szenario. Physische Spiele wird es ab morgen nicht mehr geben. Mal rein theoretisch. Würdet ihr aufhören mit dem Spielen? Würdet ihr wirklich euer Hobby aufgeben, nur weil ihr dann Spiele digital kaufen müsst? Würdet ihr dann auf bahnbrechende Spielerfahrungen verzichten? Ich kenne es ja als VR-Spieler auch. Ich habe die Oculus Quest 1, die 2er, die 3er. Und da sind die Spiele ja alle nur digital erhältlich. Trotzdem hat das mich nicht davon abgehalten, die Brillen zu kaufen und unfassbar geile Spiele in VR zu erleben. Wenn ich an meinem Retail-Zwang festgehalten hätte, dann hätte ich so vieles verpasst in meinem Gamer-Leben. Und das wäre sehr, sehr schade. Und das ist halt etwas, was ich eben bei diesen ganzen extremen Meinungen nicht nachvollziehen kann. Deshalb würde es mich wirklich interessieren, wie ihr darüber denkt. Ich hoffe, wir kriegen hier einen Dialog hin, einen respektvollen Dialog. Selbst wenn ihr zu einer der beiden extremen Seiten gehört, bleibt sachlich, bleibt fachlich. Wir sind alle Gamer, wir sind alle zum Spielen hier. Und ich möchte einfach mit diesem Video so einen kleinen Gedankenaustausch fördern und mal gucken, wie meine Community so tickt. Daher regt euch hoffentlich oder dabei regt euch hoffentlich mein Video an, um so ein bisschen selber in sich zu gehen, nachzudenken. Haut in die Tasten und ich bin wirklich gespannt, was da für Antworten rumkommen. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich musste mir das einfach so ein bisschen von der Seele quatschen und ich bin gespannt, was ihr so davon haltet. Bis zum nächsten Mal hier bei Andi Zockt. Adios, tschüss. Euer Andi.